Hilfe Herr Knöppel, wird wirklich die Rente mit 63 abgeschafft, muss ich jetzt schon zwei Jahre vorher den Rentenantrag stellen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich bekomme immer noch solche Anfragen auf Rentenbescheid24.de rein, wo verunsicherte Leute, danke lieber Herr Scholz, dass sie solche Diskussionen angefangen haben oder es zugelassen haben, dass solche Diskussionen überhaupt erstmal in Gang gesetzt werden, jetzt Angst um ihre Rente haben. Also da will jemand, da wird jemand im Jahr 2024, 2063 und der hat wirklich Angst, dass der Gesetzgeber im Jahr 2023 jetzt die Rente mit 63 abschafft, also sprich die Altersrente für langjährig Versicherte abschafft mit 35 Jahren Wortezeit. Also ich kann nur nochmal sagen, Augen auf vielleicht mal bei der Wahl der nächsten Bundesregierung, ja aber das ist ja eine ganz, also das ist vielleicht noch ihre Sache, aber sie müssen sich wirklich nach heutigem Stand überhaupt gar keine Sorgen machen um die Altersrente für langjährig Versicherte oder die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die eine mit 35 Jahren, die andere mit 45 Jahren Wortezeit. Es gibt aktuell Stand 1.2.2023 keine erkennbaren gesetzgeberischen Aktivitäten der Bundesregierung, die Rente mit 63 abzuschaffen. Da gibt es einfach nichts. Ja, ich glaube auch, wenn das passieren würde, dann wäre das sozusagen das politische Ende dieser Bundesregierung und damit auch der Karriere von Herrn Hubertus Heil und von Herrn Scholz. Und ich glaube nicht, dass die beiden das in Kauf nehmen würden, in ihrer Legislatur hier die Rente mit 63 abzuschaffen. Das heißt also, die Rente mit 63 bleibt so, wie sie jetzt gesetzlich geregelt ist. Ab dem Paragrafen 35 SGB 6 bitte dort reinschauen. Da ändert sich nichts. Das heißt also, wenn sie jetzt einen Rentenantrag stellen, um das abzusichern, kommt das viel zu früh. Die Rentenversicherung kann schlicht und ergreifend ihre Rente für das Jahr 2024 noch gar nicht berechnen, weil die Daten einfach noch gar nicht da sind. Ich kann ja nicht in die Glaskugel schauen und vorhersehen, was sie nächstes Jahr dann eventuell als beitragspflichtige Einkünfte haben, um die Rente dann tatsächlich zu behalten. Also bitte Ruhe bewahren und hier keine Angst haben. Die aktuelle Bundesregierung, so ist es zumindest mein Stand und ich habe überall, gucke ja nun oft im Internet nach und informiere mich, hat hier nicht vor, die Rente mit 63 abzuschaffen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.